Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1716. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Sportverletzung am Ellbogen schmerzt immer noch, obwohl ich schon viele Tabletten genommen habe. Die Sportverletzung am Ellbogen schmerzt immer noch, obwohl ich schon viele Tabletten genommen habe. Ich bin stolz, einen Sohn zu haben. Irgendwann soll er mein Nachfolger im Unternehmen werden. Ich bin stolz, einen Sohn zu haben. Irgendwann soll er mein Nachfolger im Unternehmen werden. Ich bin stolz, einen Sohn zu haben. Irgendwann soll er mein Nachfolger im Unternehmen werden. Ich leide schon lange unter Kopfschmerzen, aber heute ist es besonders schlimm. Ich leide schon lange unter Kopfschmerzen, aber heute ist es besonders schlimm. Ich hatte Streit mit meiner Frau und muss jetzt in einem Wigwam im Kinderzimmer schlafen. Um ganz sicher zu gehen, sollte dieser Test regelmäßig durchgeführt werden. Um ganz sicher zu gehen, sollte dieser Test regelmäßig durchgeführt werden. Um ganz sicher zu gehen, sollte dieser Test regelmäßig durchgeführt werden. Wenn du dir ein Auge zuhältst, wirst du nicht die ganze Schönheit der Welt sehen. Ich leite eine Kfz-Werkstatt und habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich leite eine Kfz-Werkstatt und habe keine Angst davor, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich sollte mich nicht so von der Arbeit stressen lassen, sondern lieber über einen anderen Beruf nachdenken. Ich sollte mich nicht so von der Arbeit stressen lassen, sondern lieber über einen anderen Beruf nachdenken. Der Schäferhund beobachtet seine Umgebung sehr aufmerksam. Er wurde für besondere Aufgaben ausgebildet. Der Schäferhund beobachtet seine Umgebung sehr aufmerksam. Er wurde für besondere Aufgaben ausgebildet. Wasser erfüllt wichtige Aufgaben für alle Lebensvorgänge im Körper. Wichtig ist eine ausgewogene Flüssigkeitszufuhr über den Tag verteilt. Wasser erfüllt wichtige Aufgaben für alle Lebensvorgänge im Körper. Wichtig ist eine ausgewogene Flüssigkeitszufuhr über den Tag verteilt. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Möchtest du ein Stück Pizza? Kommst du mit in die Bibliothek? Dort kann man in Ruhe lesen. Kommst du mit in die Bibliothek? Dort kann man in Ruhe lesen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer hat noch Verbesserungsvorschläge? Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wer hat noch Verbesserungsvorschläge? Schach ist das Spiel der Könige. Manche Partien dauern mehrere Stunden. Schach ist das Spiel der Könige. Schach ist das Spiel der Könige. Manche Partien dauern mehrere Stunden. Bitte hört mir zu. Ich möchte euch erklären, warum mir das so wichtig ist. Ich möchte euch erklären, warum mir das so wichtig ist. Ich bin traurig. Andrea hat mich verlassen. Sie hat per SMS Schluss gemacht. Ich bin traurig. Andrea hat mich verlassen. Sie hat per SMS Schluss gemacht. Ich bin traurig. Andrea hat mich verlassen. Sie hat per SMS Schluss gemacht. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Die Ware ist gerade eingetroffen. Gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Die Ware ist gerade eingetroffen. Ich kann die Tickets nicht finden. Ich bin sicher, dass sie in dieser Tasche sind. Ich bin sicher, dass sie in dieser Tasche sind. Das Gesamtkonzept ist fertig. Gemeinsam haben wir die erste Phase des Projekts abgeschlossen. Das Gesamtkonzept ist fertig. Gemeinsam haben wir die erste Phase des Projekts abgeschlossen. Das Gesamtkonzept ist fertig. Gemeinsam haben wir die erste Phase des Projekts abgeschlossen. Geht nachrichten. Geht nachrichten. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bar noch leer. Auf der Theke steht nur ein Glas Bier. Zu diesem Zeitpunkt ist die Bar noch leer. Auf der Theke steht nur ein Glas Bier. Ich habe das Geld gezählt. Für neue Sneaker reicht das nicht. Was kostet eine Ultraschallreinigung meiner Zähne? Was kostet eine Ultraschallreinigung meiner Zähne? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. Nach drittend. Das war's. Drei mal. Das war's. GmbH und Lich werden auf jeden Fall gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020